Ja. Warte mal, ich wechsle mal eben auf Granaten. Dankeschön, Zolatio. Zolatio. Schön, schön. Ich hab keine Sprache. Nacht, Ben. Schlaf schön. Danke, dass du da warst. Ich freu was Schönes. Auf jeden Fall, die Kettins wurden aus dem Schiff geschmissen. Die schaltet man nochmal auf Granate um. Mit R1. Ja, ich hab doch... Ich hab doch zwei Fähigkeiten, die ich ausrüsten kann. Deswegen frage ich mich, wie ich das wieder... Ach, die Drohne weg. Wie kann ich entfernt werden? Könntest du denn was anderes da hinpacken? Wir haben ganz Schlimme über dich gelästert. Ja, wie immer. Ist ja nichts Neues. Wir haben gesagt... Ja. War schon zu viel, ne? Ja, das ist schlimm. Ach ja... Wahrscheinlich... Geht das nicht, weil ich... Was ist das denn? Was? Nichts, ich hab nur Schlüssel. Ah. Deswegen ging's nicht. Ja. So. Jetzt muss ich wieder verkaufen. Wuhu. So. Mit welcher... War das? Wow. Wow. Einfach nur in so'n... Bang. Können auf jeden Fall jetzt ordentlich Munition mitnehmen. Darf ich mal... ...n Duell... ...Test-Duell machen? Okay. Ich will meine Waffe an jemand ausprobieren. Ja, dann musst du mir jetzt Killer machen. Ich bin grad... ...am Automaten. Ich auch. Wow. Brauch eine Minute am Automaten. Okay. Ich will wissen, wie stark die ist. Was? Liefern wir uns einen sauberen Kampf. Nur ein Wettbewerb. Nichts machen. Ich will ja wissen, wie kräftig diese Granaten sind. Der Pferdekopf da. Der Hund ist ein Schwein. Warte. Und... Ich mach gar nichts. Ich mach nichts. Killer, wie hoch ist dein Schild? Ich hab hier noch... ...zwei. Wieso... ...wieso funktionierte das grad nicht? Ach du mal krass, ich pack mal kurz das Vieh weg. Ja, ich hab ja auch keine Granate mehr. Na nee. Na nee. Braucht einen Moment. Wow, kann nicht entfernen, Werner. Aua. Ach, lass mich ja in Ruhe. Ich mach ja nicht mal was. Sieg. Wer ist denn noch wach von euch? Ich? Also ich seh... Ich seh noch den Klaus. Ich seh noch... ...den Okain. Und Salat. Mit mir reden sie nicht. Wenn wir anfangen zu schnarchen, dann ist es echt spät. Und Asus ist auch noch da. Den Energy ist nur noch ein Schluck drin, den packe ich mal zweit. Muss nicht sein. Killer, du solltest mir sagen, wie hoch dein Schild ist. Stimmt ja. Ich hab nämlich zwei Stück noch. Aber ich... Der hat bestimmt ein stärkeres Schild als du. Ich hab eins mit 1490. Ok, nehm ich. Was? Wenn du da bist, sag, dann lass ich es fallen. Ich steh. Warum hast du so ein gutes Schild? Weil ich goldene Schlüssel noch hatte. Ich hab keine mehr. Ja, ich jetzt auch nicht mehr. Ich hab noch. Ich achte ja immer auf die Seite. Aber ich nutze erst wieder eins, wenn ich Level 30 bin. Ne, ich achte immer auf die Seite, ob da noch irgendwas kommt. Aber bis jetzt kam noch nix. Guck jetzt noch mal gerade, vielleicht kam ja noch was. Ja. Ich guck mal gerade, wo... Das ist Borderlands Preseeker. Wo waren das Schließfach? Das ist auch Borderlands Preseeker. Das war hier, oder? Ich will die Waffe nicht unbedingt verkaufen. Kann ich die vergleichen? Oh nein, das wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Ok. Das wollte ich mal wegmachen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Ich wollte euch was anderes weggemacht. Scheiße. Ach. Die Genie. Wenn du es nicht kaufst, kauft es der Feind. Ich will es nicht weggemacht. Wer ist denn? Upsi. Nein. Ach ja, alles übrigens. Ja. Du weißt, was jetzt kommt. Nein. Gibt es nicht gleich alles aus? Außer natürlich hier. Nein, 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 nein. Wo ist meine Schrotflinte? Oh, komm hier noch mehr Sachen raus. Was soll das? Das muss ich ja schon mehr verkaufen gehen. Mein Leben steht nur am Automaten stehen. Ja. Ich hab was, was ich wie... Was ich in den vierten Slot unten reinmachen könnte. Aber ich kann da noch nichts reinmachen. Du siehst auch diese, diese vier Slots unten, ne? Bei, bei Inventar. Ja, ja. Und da ist so'n, 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 so'n... Das ist noch, äh, gesperrt irgendwie. Ja. Was auch immer das sein soll. Egal was es ist, ich hab da was für und es ist mega gut. Wenn ich dann rutsche, blitze ich dabei. Oh nein. Mach Blitzschaden. Wow. Ich will auch sowas haben. Ja, was soll das? Hm, ich hatte sowas mit Radioaktivität. Ich hab's leider verkauft. Ich brauch nicht mehr viel, dann hab ich, könnte ich mir den rutschen... Oh, da soll ich mal, soll ich mal gucken, ob ich's wieder kaufen. Ich kauf's zurück und dann geb ich's dir. Warte. Also Funken am Arsch beim Rutschen, ja. Du willst sowas auch haben? Ja. Hä? Ich hab grad nicht zugehört, sorry. Okay. Hier lässt. Kannst es nur noch nicht verwenden. Egal, hauptsache ich hab's. Danke. Ich bin grad kurz auf der Seite am Punkt der neue Code sind. Deswegen. Strahlung. Ich bin wirklich verstrahlt. Dankeschön, passt. Jaaaa. Macht das Rutschschaden, oder was ist das? Ja, die Codes, die hier sind. Ich hab nicht drauf geachtet. Die Codes, die hier sind, sind schon abgelaufen. Na, okay. Die zwei Stunden ausgelaufen. Nein. Schade. Muss öfters gucken. Ja. Ja. Tölte Edragon Junior. Machen wir mal. Ach ja, dieser, dieser Pipi ist hier, ne? Dieses Schoßhündchen, was wir da... Ja, Pipi ist mitgekommen. Jaaaa. Pissi. Oh, Moxie, wir haben uns so lange nicht gesehen. Moxie. Ihr werdet euch jetzt noch länger nicht mehr sehen. Was? Moxie, lass mich kurz kuscheln, warte. Box, wenn bist du ein Arsch manchmal. Manchmal? Ich war schon bei ihr, keine Sorge. Ich bin schon fertig. Oh, bitte. Mit Kokain. Oh, was stinkt denn schon? Hast du ein Haus bekommen? Hä? Sie moxie. Sie lernt sich, ich hau dich, ey. Mit euren schlechten Witzen hier, ey. Oh. Und dann wundert ihr euch, wenn ich sowas auch sage, das färbt total ab. Das fährt bei mir total ab. Sowas in Dragon Quest Bilders nachbauen wär doch was. Ja. Schaff ich nicht. Ich auch nicht. Aber sieht schön aus. Ich bleib lieber bei meiner Zitadelle der Zeit. Du musst mir nicht in die komische Stadt. Ne, jetzt töten wir erstmal El Dragon Junior. Okay. Ich hab ihn gefunden! Ich glaube der will mich wrestlen oder so. ich habe noch keine tolle wasser ja und wir haben die mission schon abgeschlossen ich habe nicht mal gute waffen bekommen von diesem scheiß goldenen schlüsseltypen ich bekomme nur schilde ohne scheiß ach da hast du so viele gute schilder mein schild beträgt momentan 2685 mit den ganzen mit den ganzen bonis kapazität steht da eigentlich nur nur 2065 aber der vorteil ist dass du uns das dann auch geben ja ich gebe euch das was ich nicht mehr brauche so wie abgetragene schuhe oder so rausgewachsen ich glaube wenn ich level 30 bin hole ich mir für die schlüssel bier dröhnt mache ich mache ich mich alle schlüssel weg lass es dir schmecken ich bin so durch machen wir garstige gäste ja machen wir hau rein gut wo fange ich da nur an wenn bei alldich kuckuck abgeschlossen ich hole euch da raus danke mit killer mit killer auch mein zwei mods hier wir sind jetzt auf dem blutpfad ich will nicht mehr mit denen spielen ich will nicht mehr mit denen spielen wie das gerade kam so ich will nicht mehr mit denen spielen bitte befreit mich tötet mich rettet mich rettet mich rettet mich tötet mich du bist doch genauso bescheuert wie ihr nee ich will gerettet werden ich will sterben noch nicht ich habe ich vermissen ich habe das talent trinken auszukippen muss nicht unbedingt auf der neuen tastatur sind ich bin auch schnell hier raus das ist dieses komische gebiet geil hui tschüss alle guten Dinge sind 3 1 2 3 gesuffer ich kann es nicht ich lese es nur so vor wie es da steht mein arsch juckt ja das war hier ja deswegen bin ich auch schnell wieder weggegangen weißt du soll ich was mitbringen ein Arschkratzer kann ich hier mitbringen Arschkratzer Arschkratzer also ich bin schon da wo wir sein müssen Arschkratzer ach so ich dachte das passiert automatisch ähm ich habe eine neue Schrotflinte jetzt bin ich mal gespannt wie die ist Liz ja family geil Arschkratzer 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 kennst du das nicht mehr Peter im Stadion ja family geil aber ich jetzt nicht so witzig ich schreibe noch so wie ich in der Lage bin alles gut schon dafür schreibst du noch ganz ordentlich ja was wirst du denn furzen dein Jabba das ist ein Haustierkiller ja das passt wirklich Arsch des Lebens ist auch ein Spezialgetränk an der Bar ein Teil Vicobeere ein Teil Moorwein trink aus und vergiss nicht dir die Nase zu tragen die ist aber nicht sehr lecker die ist sehr fett der ist Jabba oh Gott alter was hat der denn da ne Keule an seinem Schweif alter das ist nicht gesund was du da machst alter diese Strohflinte die ich hab ist so nice der wollt doch nur abhängen niss nee das mag ich aber nicht nur ich darf hier rumhängen da hängt noch jemand ab fang einfach das schwere Geschütze aus Aber ich wollt grad auf den Vieh schießen. Was ist denn... Was ist denn... Was ist denn... Ist der neues Haustier? Ja. Das ist der Neues? Das ist der Frostiger-Jabber. Nee, hier ist ein Frostiger-Jabber. Frostiger-Jabber. Jabber-Sahad. Ich bin nie in deiner Lippe geschrieben. 5% Ich kann schon wieder mit Namen folgen. Dankeschön, Kilo. Ja. Ich könnte wieder nicht lesen. Denk dran, alles was leuchtet, darauf nicht schießen, Liz. Zurück in deinen Dach. Ach so, wegen... Ja. Wir leuchten. Wir sind verstrahlt. Ja. Das färbt bei mir ab. Ich kann nicht mehr lesen. Ich seh nicht mehr richtig. Ihr tut mir nicht gut. Ihr leuchtet zu hell. Hm. Hey. Jabber-Sahad. Ich spiel noch da mit, äh... Ah, okay. Ich lass mein Follow da und schau mal später mit. Dankeschön für den Follow. Und herzlich willkommen. Und sorry nochmal für den Namen. Ja. Es geht so kackt, geließe. Hier, äh... Linksrums. Ich bin ja nicht ganz nett. So. Jetzt hab ich... Das ist hier ausgerüstet. Boah, dieser Schrotflinte. Die ist so geil. Glaub mir ist auch viel zu warm. Äh, hier liegt ein Gehirn, ne? Das ist mein Gehirn, ne? Das ist mein Gehirn. Das ist mein Gehirn. Ja, du musst... Du musst gleich mal, äh... Jumper mich zeigen. Ich hab den Pferdekopf ausgerüstet. Diese, äh... Strahlenwitze hier, ne? Das hab ich vorhin auch gemacht. Hier, guck mal, meine... Meine Crew, wie die aussieht. Der leuchtet. Der leuchtet auch. Ein leuchtendes Pferd. Oh! Ja, Ventil! Das erinnert mich an Assassin's Creed 2. Hier, guck mich mal an. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Niemand trinkt gerne im Dunkeln. Außer hässliche Typen. Und du hast die nichts dagegen machen, mit hässlichen Typen zu trinken. Alter! Ich aussehe einfach! Boah, das tut... Das tut richtig weh in den Augen, ne? Ja, ich bin wirklich blöd. Ich... 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 Ich könnte nicht so leuchten wie er, ohne Scheiß. Ich... Ich hab den Pferdekopf mal angeschaut. Weil hier leuchtet der nicht so. Nein, die Leuchte der Bar wieder einzuschalten! Leg den Schalter um! Mit Fukushima gibt's bayerisches Bier? Bestimmt! Sicherlich! Also... Wenn du ihn stellst... Was denn? Kann ich mir vorstellen? Klasse! Ich sollte wohl erwähnen, dass ich meine Bar auf einer Jabba-Paarungsstelle... Mit was? Warum?! Danke! Diese Bar ist alles, was die Leute von Eden 6 noch haben. Und die Haare der Jabbas! Und die Haare der Jabbas! Warum macht man sowas?! Die Schulen oder Krankenhäuser... Die wollen vielleicht auch ihre Party, aber doch nicht so! Aber die Haare der Jabbas! Auch so etwas wie ein Lehrer oder ein Arzt! Einer, der dich betrunken macht! Ähm... Kommt man da jetzt hoch? Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Hier ist nur ein... Badass... Badass-Jabba... Ein Jabba-Sahat! Jawohl! Süße, süße Energie! Erst haben wir einen Kaffee-Junkie... Dann dieser Blutrausch-Typ... Und jetzt eine... Oh! Badass-Jabba! Was für ein Jabba? Badass-Jabba? Kommt noch einer! Nee, der heißt Artemis! Oh! Was?! Da springt die... Artemis?! Alter, diese Schrotflinte! Die ist einfach so gut! Alter, diese Schrotflinte! Ja, meine ist auch nicht gerade schlecht! Die ist vor allen Dingen für den Nahenkampf echt gut! Wir müssen ja auch mal eine Schrotflinte! Meiner ist ja keine richtige Schrotflinte, so wie die Brummballert! Das wird jetzt mehr so ein Granatwerfer irgendwie! Nein, meine ist eine Schrotflinte! Aber ich rede ja auch von meiner! Das hast du tatsächlich das letzte Zubeweg! Oh! Irgendwo geht gerade die Meldung nach! Nee, meine ist nicht Rotflinte! Wann sind wir mal nicht doof, ist jetzt die nächste Frage! Ja... Weiß ich auch nicht! Dann werden wir nicht doof sein! So! Oh! Oh, guck mal, was ich gefunden hab! Da brech ich nicht! Ist es gleich zwei, hast du denn dein Dings?